Netzwerken ist dein Begriff. Ha, steil vor Lage. Netzwerken, also wenn irgendjemand sich da draußen fragt, ja wie funktioniert Netzwerken, dann hierher kommen in InnoPort. Hier kann man es live erleben, hier kann man auch sehen, ich kann mal auf jemanden zugehen, den ich vielleicht das Gefühl hätte, ich würde den im Wirtschaftsleben nie erreichen können. Der ist hier, wenn er hier ist. Ich gehe davon aus, alle die hier sind, die sind gesprächsbereit. Da gibt es niemanden, der sagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder ich habe jetzt gerade... Das ist eine Riesenchance und das ist Netzwerken live und das kann jeder hier erleben. Und ich kann es auch nur alle empfehlen, weil das Wirtschaftsleben funktioniert heute nicht mehr als One Company. Wir sind alle in Netzwerken unterwegs, wir brauchen Netzwerke, um erfolgreich zu sein. Es geht nicht ohne Netzwerke.